Herzlich willkommen beim GWriters Videoblog. GWriters ist eine Ghostwriter-Agentur, welche sich spezialisiert hat auf das Erstellen wissenschaftlicher Texte. Darunter sind Texte aus den verschiedensten Fachbereichen und heute beschäftigen wir uns mal mit einem etwas besonderen Fachbereich, dem Fachbereich Jura. Daher heißt unser Thema Jura Ghostwriter unsere akademischen Experten. Was sind denn die Besonderheiten? Besonderheiten bei Jura Ghostwritern sind, dass sie wirklich Fachkenntnisse haben müssen aus dem konkreten Fachbereich. Sie müssen sich entweder im Strafrecht, im Zivilrecht, im Handelsrecht und so weiter ganz konkret auskennen und dort sind die Bereiche auch viel viel enger gestrickt als in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Wirtschaft, in den Sozialwissenschaften, wo man etwas themenübergreifend arbeiten könnte. Hier haben wir aber ganz ganz eng gestrickte Themen, dafür aber interdisziplinäre Ghostwriter-Jobs, welche dann eben zum Beispiel in die Wirtschaft mit Jura Schwerpunkt gehen oder in die Sozialwissenschaften und so weiter. Das heißt, dass einfach die Arbeitsweise dieser Ghostwriter etwas anders ist. Sie haben besondere Anforderungen für die entsprechenden Projekte und sie müssen eben Ghostwriting auch für juristische Streitthemen professionell liefern können. Die Anforderungen an diese Experten sind dementsprechend auch anders. Und wenn ihr euch bei uns zum Beispiel als Ghostwriter im Bereich Jura bewerben möchtet, dann solltet ihr darüber bewusst sein, dass wir diese Anforderungen natürlich haben und auch prüfen im Bewerbungsprozess. Es handelt sich hier um qualifizierte Juristen. Wir fordern alle Nachweise dafür ein. Diese müssen in der Lage sein, auch juristische Gutachten zu erstellen. Sie müssen den sprachlichen Ausdruck beherrschen im Jura-Bereich. Sie müssen zwischen Gutachtensstil und Urteilsstil unterscheiden können. Ich denke mal, das ist das Mindeste für alle, die jetzt zusehen und aus dem Bereich kommen. Wir haben bereits auch ein anderes Video dafür erstellt, wo dieser Unterschied einmal dargestellt wird. Das verlinken wir euch auch hier in der Beschreibung. Und diese Ghostwriter müssen natürlich komplexe juristische Sachverhalte verstehen und bearbeiten können. Die Jura-Experten von G-Writers sind also Experten, welche eben das Erstellen von Urteilen und Gutachten beherrschen. Sie werden angewendet für Mustervorlagen, für Hausarbeiten. Auch wenn ihr Mustervorlagen für eine Bachelorarbeit schreiben lassen möchtet, wenn ihr Mustervorlagen für eine Masterarbeit schreiben lassen möchtet, auch das müssen diese Experten natürlich können. Ihr könnt diese auch heranziehen als Coaches für Dissertationen, als Coaches für eure Staatsexamen und so weiter. Dieses Video soll einfach klar machen, dass wir es hier mit besonderen Experten aus dem Bereich Jura zu tun haben, welche euch bei allen Problematiken unter die Arme greifen können. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und schaut auch beim nächsten Mal bitte wieder mit rein.